Und jetzt ein Schuss! Und das war verdammt knapp. Richtig gute Möglichkeit. Wirklich eine klasse Szene. Ecken können sie, das haben sie hier mal wieder gezeigt. Arturo Vidal jetzt. Schießt er ihn rein. Den Pass spielt er gut. Bilia! Pfosten! Der Abstoß direkt zum Gegner. Agüero! Trifft er! Ja! Drin! Tor! Vidal! Schlecht verteidigt, der geht vorbei. Tor! Ganz stark gemacht! Nichts ist es mit dem Treffer, die Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung vom Assistenten. Tewes! Wie macht er den denn rein? Tewes! Wie macht er den denn rein? Tewes! Wie macht er den denn rein? Die Maria! War das eng! Und er schießt! Gute Aktion kommt er heute. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf! Er macht ihn mit dem Kopf! Das könnte die Fahne sein. Mit dem Tor! Jau! Er macht ihn mit dem Kopf! Er macht ihn mit dem Kopf!